Gut, nehmen wir uns die Auslöschung aller Mutanten vor. Wir sollen schöner Auftrag voller Blutgelüste. Ich meine, habe ich jetzt mal ein schönes Stealth-Panzer. Immer ein Wurfhatter. Das ist auch mal was anderes. Finden Sie den Vorpfosten der Mutanten. Der ist bestimmt oben links. Da würde ich noch drauf wetten. Jetzt muss ich mir erst mal irgendwie Plätze suchen, wo ich mich niederlassen kann. Tiberium haben wir schon mal. Jetzt wäre es sinnlos, mich hier oben... Oh, Tiberium-Kontimination-Konto. Doof, ne? Soll ich da runter oder soll ich hier oben? Ich lasse es erst noch mal stehen. Das kann mir vielleicht nämlich nützlich sein, denn der Computer ist ja zu dumm dazu, das kaputt zu machen. Man nimmt ja immer den langen Weg außenrum. Da kann ich mich aufstellen, ja. Ich denke, das sollte gehen. Ich glaube allerdings, hier ist viel schön blau aus dem Berium. Also sollte ich da schon... den Weg freimachen. Ja, Sir. Nicht viel Platz hier zum Ausschwärmen. Ja! Ba-baa. Ja? Bereit, Sir. Bereit, Sir. Wenn diese Bauhöfe nicht schon mal so langsam wären, diese mobilen Bauhöfe... ...kontroberin. Nein, nein, nein. Ich bin hier in der Hand. Motor an! Ja, Sir. Motor an! Wo wollen wir denn hin? Komm, Borg auf! Ja, Zeit, Sir! War vielleicht nicht ganz so gut, kann ich halt... Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Was soll's? Da oben gibt's ja auch noch die Wehre. Motor an! Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Motor an! Hier geht's auf jeden Fall lang. 9.12. war das letzte Mal. Und jetzt haben wir... ...18.12. Neun Tage ausgesetzt. Endlich geht's weiter. Ja, hier! Aber dann geht's nicht. Sir, rein, Sir! Weiß ja nicht, ob ich nicht erst hier oben nachgucken sollte. Ich denke, hier geht's schon direkt zum Gegner. Aber immerhin muss ich keine Angst vor Artillerien haben. Was ist das denn? Beobachtungsturm. Noch mehr Blau Siberia. Oh, fuck! Was ist das denn? Mutant! Ein Mutant! Ein weiterer Mutant! Der will mich töten! Und der Abtumscheiße noch schlimmer ist. Da war ich halt auch wieder so ein Hubbelversteck gescheit, wo ich mich vor ihm treffen kann. Wie der mich fast erwischt hat. Fast zur Hälfte geholt gemacht hat. Bau abgeschlossen. Ist dann schon mal. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Einheit bereit! Einheit bereit! Einheit bereit! Einheit bereit! Gegen was hilft ein... Gegen Mutanten hilft was? Hilfe! Die muss es natürlich auch noch geben. Und im Tiberium kann die sich zu heilen. Das ist so bläst. Kommt es nicht schnell genug. Jawohl. Sir! Ja, Sir! Wie ich schon hier... beschädigt wurde. Übel! Ja, Sir! Was hilft denn gegen Mutanten? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Einheit bereit! Ich hab dir doch nichts getan! Hilfe! Hilfe! Lass mich in Ruhe! Der macht euch fertig! Der macht euch jetzt... Ah! Er gibt auf! Ne, der will mich außen rum abfangen. Der weiß genau wo ich hin will. Aber hier wäre ich eh in der Sackgasse. Ist das schon... Der sogenannte Stützpunkt der Mutanten? Wieso gibt's da Lasertür? Wieso hilft... Feindliches Nord... Kommando... Den Mutanten... Was ist das denn hier? What the fucken? Mammut? Wollt ihr mich verarschen? Wieso haben die Mutanten Mammuts? Ja, also jetzt würde ich mich grad echt verarscht. Was soll das wirklich? Ich glaub der kann ja nicht so gut hochschießen. Also damit oben steht das man eh immer im Vorteil. Hilfe! Was macht der jetzt? Hauptmisch lässt er mal einen Schiff in Ruhe. Lass bloß meine Schiff in Ruhe. Neue Baummöglichkeit. So, ähm... Holmars braucht mir noch einen Sammler. Wird gebaut. Der Holmars ist ein geiles Kraftwerk. Wird gebaut. Einheit bereit. Und dann... Gucken wir jetzt aber... ...den Ladertür nachher zu fliegen. Ja! Ja! Sir! Motor an! Dieser ist so... Schrau abgeschlossen. Stellen wir mal da hin. Neue Baummöglichkeit. Und jetzt hab ich endlich mal richtig geile... ...Energie. Wir brauchen Silos. Dann hol ich mir eins. Einheit bereit. Und dann... Was soll ich mir holen? Ich glaub die sind gar nicht so schlecht. Wird gebaut. Wird gebaut. Ausdrucksweise mag gegen... Infanteristen-Mutanten. Sir? Ja, ihr? Kein Problem. Ja, ihr? Einheit bereit. Ja, ja. Ja. Du sollst sammeln. Am besten mal blau. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Silo. Da kann ich mir noch ein bisschen... ...auf was angucken. Wir schauen mal erst mal hier angucken, ob es da noch was gibt. Aber es scheint alles hier miteinander verbunden zu sein. Ja, Sir. Wiesig. Ja, was haben wir hier? Bereit, Sir. Noch mehr blaues Sibirium für mich. Nein! Hilfe! Motor an! Was holen wir denn da? Wie krieg ich das jetzt weg? Von mich kommt es nicht zu mir. Und da werd ich jetzt durchdrehen, wenn es zu mir geht. Ich hasse das. Ich hab grad keine Lufteinheiten. Wie krieg ich Lufteinheiten? Am besten muss ich mal zu uns immer bauen. Wird gebaut. Höchste Zeit. Ja. Motor an! Oh man. Ich hab ein wenig Angst. Reizürgen. Reizürgen. Nur ein klein wenig. Die letzte Mission war schon so knapp. Aber irgendwann hab ich jetzt nen Stützpunkt also... ...schaffe ich das schon. Also ich hab keinen Zweifel irgendwann. Ich habe es auf jeden Fall. Bau abgeschlossen. Bis jetzt hab ich noch jede Mission geschafft. Neue Baumöglichkeiten. Jetzt kann ich mir Flugeinheiten bauen. Aber ich boah... Ah. Wird gebaut. Bestoppt. Ahaha. Wird gebaut. Treff an Geld. Abgebrochen. Eben noch Silo, Silo, wo ist Silo? Und jetzt rein Geld. Einreich bereit. Und Gas. Und Gas. Ich glaub mit 2. Wird erledigt. Und Gas. Ich fahr. Und Gas. Wird flare ich bereit. Soll erledigt. Und Gas. Und Gas. Und wieder дня報導. Was mir den Weg stellt. Realm auch in eins die Nachportuck Hayır. Und g brainw generate die Schmerzenzakt哎. Seht ihr, wie das eine gute Idee war, endlich mal Buggies zu bauen. Einer der wenigen Momente, wo Buggies sich wirklich lohnt. Naja, jetzt sitzt er jetzt nicht so stark. Ah, passt schon. Immerhin sind wir sehr sinnvoll. Ich habe immer so viel Kamen und ich weiß mal. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Artillerie endlich. Ich habe schon wieder fast das Geld. Also ich habe Geld. Von Energie. Sonst kann ich gerade hier nichts gebrauchen. Zu wenig Geld. Jetzt will ich doch mal gucken, ob ich wirklich alle einfach vernichten muss, oder ob es noch irgendwas Spezielles gibt. Finden Sie das Lager der Mutanten. Bergen Sie ihn. Ach so, das ist es. Und bringen Sie in Sicherheit. Zerstören Sie alle Einheiten der Mutanten. Na gut, das dritte Ziel ist zumindest etwas, was ich nachvollziehen kann. Also was zumindest sich gleich bleibt mit den meisten Zielen in aller Missionen. Und worauf man auch durchaus selbst kommen kann. Hier unten scheint es gar nicht weiter zu gehen. Oder etwa doch. Auf jeden Fall gibt es viel Tiberium. Da kann man sich ja sicher sein, wenn es um Mutanten geht. Das ist schon mal schön. Und die... Von... Von wem schießen... Von wem schießen... Gleich habe ich eine Artillerie. Dann ist mein Schlitzpunkt endlich mal gesichert. Und ich kann mal gucken, ob ich das Teil hier oben damit ausschalten kann. Oder ich lasse es einfach in Ruhe. Das stört ja keiner. Es sei denn, da ist das Lager der Mutanten. Ach ich bin... Das ist so eine Karte. Ich verstehe. Ich bin jetzt hier oben irgendwo. Ich habe wieder mit so einer Einheit bereit. So, bau dich mal auf. Mit sich auf die Basis. Hilfe! Ich bin ein Burmard. Einheit verlobt. Puh, das ging mir beide nochmal gut. Mir gefallen die Stealth-Panze, aber das Teil gefällt mir nicht. Weg hier. Wird erledigt. Warum muss es schon wieder überall sein? Überall. Irgendwann ist es bei mir. Also ich brauche auf jeden Fall Flugeinheiten. Um mich dann gleich drum zu kümmern. Bau abgeschlossen. Ich brauche mich gegen die Teile hier kaputt. Es gab immer noch eine Mission wo es nicht ging. Dann haben wir noch einen Rammler. Wird gebaut. Dann reicht es hoffentlich erstmal. Einheit verredigt. Kein Problem. Speichern bevor was stimmt was passiert. Mittags. Ich nehme Mittags auf. Ich glaube es selber gerade nicht. Schon ziemlich ungewöhnlich. Ich fühle mich. Ich bin ein Finder. Feindiger. Ich wusste nicht dass die Mutanten Militär haben. Ich dachte, die sind aber auch alle so kriegerisch veranlagt. Ah, noch so ein Knieval, dieses Zeug. Dieses vermalte alte Zeug. Das zäume ich ja gar nicht rum dann. Also, ich hab da keine Wahl, ich muss jetzt... ...oder kann mich hier durchschlängeln, ist ja witzig. Ja, vielleicht geht's hier tatsächlich irgendwie so rum. Perfekt platziert. Nee, oder? Ich glaub's ja nicht. Da haben wir doch Artillerien. Vorhin sagten wir, dass wir keine Angst haben. Aber scheinbar ist doch... ...schnell hier weg. In Sicherheit. Die stehen echt mitten in diesem SIV drin. Glaub ich auch grad nicht. Echt genial. Überall Artillerien. Aber sicher, warum auch nicht? Ein Mammut verloren. Also, das ist leicht lächerlich hier, was passiert. Aber hier kommt man scheinbar hoch und runter. Einheit verloren. Aber ich bin jetzt tot. Einheit verloren. Ich hab kaum Platz hier. Solange die nicht mit Raketen kommen. Neue Baumöglichkeiten. Oder Trombo. Wieso kann ich nur dieses Scheiß? Wird gebaut. Hubschrauber bauen. Man möge mir das erklären. Das ist dumm. Ich weiß nicht, ob die Hubschrauber irgendwas verbringen. Warum sammelst du eigentlich nicht? Bist du jetzt zu fein dafür, ne? Ja. Also, das Tiberium geht auch um uns zu neigen. Einheit bereit. Oh nein. Oh nein. Nicht zu mir wieder. Einheit bereit. Ja. Das Glück hab ich noch ne Artillerie sagen können, ja? Die schon aufgebaut ist. Wenn die sich meinst du mal um den Typer kümmern würde, dann wär ich auch beruhigt. Aber der ist wahrscheinlich so schnell. Ich hab's geahnt. Ja. Ich schieß am besten noch die eigene Basis kaputt. Das hilft bestimmt. Unser Stützpunkt wird angetan. Wenn nämlich kein eigener Basis mehr da ist, dann kann er auch nichts kaputt machen, ja. Das ist nur einfacher was. Ich hätte vielleicht einen Slays Generator. Scheiße. Wieso kommen die denn jetzt alle? Ich hab mich grad nicht leicht gedrängt. Einheit bereit. Ich zieh mich am Arsch, weil die bewegliche Ziele ein paar Scheiße sind. Was komisch ist, wenn sie... Sammler wird angegriffen. Dann bin ich immer wieder kaputt. Wenn ich auf sie zugedaufen komme. Es gibt keinen Sinn. Zu wenig Geld. Brauch mal was. Ja. Ja. Wo war's? Neue Big Bede. Sammler wird ab. Boah. Wieso wollt jetzt so einen Futtergriff starten? Ich bin ganz bereit. Einheit bereit. Ja, nee. Das kann ich gar nicht mehr schaffen. Das will ich nicht mit ansehen. Übel. Oh mein Gott. So, hier war mal stehen geblieben. Ediford bringt nichts, hab ich gesehen. Auf Hubschrauber kann ich auch verzichten. Einheit bereit. Erledigt. Schon ziemlich dumm, dass hier nicht mehr geht. Jetzt stelle ich mich einfach hier hin und warte. Ja, hier. Weil ich genug Einheiten habe. Erledigt. So lange dieses Zeug hier nicht zu nahe kommt. Das ist ja nicht so schlimm hier. Zu wenig Geld. Oh, wie viel Sammler haben wir denn? Drei und jetzt gleich vier. Dann baue ich noch eine Artillerie, die mir so gar nicht bringt. Zumindest sah es so aus voll. Bei der Deckstellung kann ich noch verzichten. Bis jetzt habe ich noch keinen Luchteiner gesehen. Einheit bereit. So, Sammler ist gleich hier. Was war das? Ich habe nichts gesehen. Ich hoffe mich nicht irgendwie... ...schlecht für mich. Oh. Ach, jetzt kommt noch. Genau. So realistisch ist die Ei und Mord bei den Mutanten dabei. Ach, klaro. Einheit bereit. Wobei ich ja schön wäre, wenn die irgendwie sich gegeneinander irgendwann... ... das vielleicht nicht... Ja. Motor an. Es wäre allzu langweilig scheinbar, wenn nur die Mutanten da wären. Ich sehe, hat man einfach auch alle in einen Topf geworfen. Motor an. Jetzt kommen sie plötzlich alle. Ja. Diese Befehle. Die Space-Panzeratoren von selbst anscheinbar sind. Da muss ich mich schon noch nicht sehen. Einheit verloren. Man sieht die mega starken Mord sind. Nach wie vor. Einheit bereit. Kann man mal von denen noch mehr bauen. Ich denke, es geht nur mit Missionen der Maulwurf- und Stealth-Panzer. Hauptsächlich. Und da wir das nun erkannt haben... ... wird die Spielstörung jetzt... ... schnell uploaden. Sehr schnell. Oh no, oh no. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit verloren. Ach, die Space-Panzeratoren ist schon ein bisschen auf. Einheit... Bei den Channels ist es auch leicht hier unten in so einem Menü zu finden. In so einer Navigation. Zu wenig Geld. Einheit bereit. Hier braucht man einen Tastenkürzel, dass ich nicht auswendig kenne. Ich könnte nachkommen. Einheit bereit. Hilfe. Sir? Ja, Sir. Gas! Was? Was soll ich tun? Ich bin tot. Ach, was macht ihr denn jetzt? Die gehen da hoch. Nee, das wäre auch zu schön gewesen. Auf den da. Als ob die gerochen hätten, dass da oben Artillerien stehen. Okay. Sir? Motor an. Einheit bereit. Ja, ihr? Ja, ihr Motor an. Easy Befehl. Jetzt macht es einfach kaputt. Ja, ihr? Sind ja zum Glück nicht so viele gewesen. Da kann man... Einheit bereit. Motor an. Einheit bereit. Gut, ihr stellt euch hier unten hin. Oben sind die Artillerien. Da kümmern wir uns erst mal voll auf die Verteidigung. Um die Verteidigung. Um die Verteidigung. Wird gebaut. Sir? Motor an. Ist das eigentlich für einer? Ein simpler... Ein Klasse-Soldar. Und der haut wieder ab. Also Kunstschachter. Oder einer, der jetzt berichtet, unsere Vorhut wurde vernichtend geschlagen. Sir? Ja? Oder er geht außen rum. Wird schon zutrauen. Gas! Aber da soll's hier eigentlich gestoppt werden können von meinen... Zwei Artillerie. Und sind die völlig schmutzlos. Einheit bereit. Ja, dann... Machen wir's mal wieder so. Es werden sich hier wieder zwei Stunden in einem Video... Das will doch wirklich keiner. Sie schießen schon ein und treffen sie noch. Ich glaub es ja nicht. Der kommt wirklich zu mir. Ey, das ist doch so ein witziger Artillerie. Ach, das ist auch noch der Ghost-Table gewesen. Einheit bereit. Aber dadurch, dass ich ihnen auffalte... Im Person, der da stehen bleibt, waren die Artillerie ins Urteil. Dann konnten wir gleich... ...alles weitere erledigen. Und das Gute ist, normalerweise kann man nur einen Ghost-Docker haben. Also sollte er eigentlich jetzt endgültig genischt sein. Mal sehen. Vielleicht können wir ihn auch neu bauen. Ist ja ein Mutant. Vielleicht haben wir das Gimmaterial. Oh! Ich seh nix. Weltmutternotmod am Ausland. Einheit bereit. Ja, hier. Motorhaken. Vielleicht kämpft ja hier Nod gegen... ...Hilfe. Gegen... ...die Mutanten. Ja, wie die nicht treffen. Das ist toll. Ja, hier. Einheit bereit. Einheit bereit. Fertig. Nix da halt auch. Einheit bereit. So ein Mammut ist stark. Und hält viel aus. Einheit verloren. Und lädt sich auch noch auf. Ein Allrounder. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit bereit. Die Artillerie ist völlig nutzlos. Söre. Einheit verloren. Wird die alles so weit... Ah, jawohl. Dankeschön. Immerhin so weit. Einheit verloren. Fui. Einheit bereit. Das hat er denn angegriffen nach der Artillerie ankommen. Das hat er denn angegriffen nach der Artillerie ankommen. Das hat er gewohlt. Kein Geld mehr. Fertig machen. Ja, hier. Kann sie bestimmt auch überfahren. Einheit bereit. Ich würde sie gar nicht holen müssen. Ja, Sir. 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 Ja, hier. Ja, Sir. Ja. Nein, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ich suche echt vor ein bisschen nach einer besseren Strategie, um den Gegner irgendwie unters Messer zu bringen. Einheit bereit. Hier Laser-Truhe rum und im Angriff Zumindest ein paar Cyborgs, die vielleicht ganz nützlich sind. Was mache ich, wenn dieser erste Versuch hier nicht hinhaut? Und das kann durchaus passieren. Zu wenig Geld. Einheit bereit. Scheiß Nordmord. Kostet viel zu teuer. Das würde ich jetzt als bisschen Kundschaften bauen. Kann nämlich hier bestimmt rüberfliegen. Wobei Schwebepanzer bei CD-Eisen auch durch das Zeug kaputt gegangen. Oder? Zumindest durch die Dampfwaden, die da rauskamen. Durch dieses Zeug hier. Ich wollte gerade davon reden. Einheit bereit. Es sieht dann so aus, als würden die echt irgendwie gegen eine kämpfen. Die Mutanten und die anderen. Einheit bereit. Also ich hoffe es zumindest. Da muss ich ja eventuell hier gar nicht mehr so zu machen. Ich treibe mir irgendwie mit dem selben Trupp anscheinend an. Einheit bereit. Einheit bereit. In Ordnung, Sir. In Ordnung, Sir. Einheit verloren. Sammler wird angekündigt. Ja, das bin ich. Ja, ihr, die sie befehlen. Einheit, die sie befehlen. Einheit, die sie befehlen. Einheit verloren. Unser Stützpunkt wird angekündigt. Einheit verloren. Dass es hier mehrere gibt, vielleicht auch einfach andersnamige, aber normalerweise würde man ja nicht einfach so einen Ghostbusters alleine in die gegnerische Basis schicken, als Kanonenfutter sozusagen. Der kommt einfach durch. Ja, warum auch nicht? Ist ja auch Mutant. Einheit bereit. Zählt alles aus. Bekundet mal die ganze Basis und dann endlich durch. Wird gebaut. Keine Fräche. Man glaubt es kaum. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Heize erledigt. Ich brauche auf jeden Fall ganz viele Einheiten. Ach du Scheiße, da kommen wir auch gerade wieder. Einheit bereit. So, Cyborgs werden schon billiger. Wenn auch nicht all zu viel. Auf jeden Fall billiger ist das. Panzer. Ich hab hier keinen Buggy. Ich hoffe mal ich komme hier mit den Einheiten aus.